Hallo ihr Lieben, ich bin Mehdi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute könnt ihr euch auf einen ausgewogenen Ganzkörperflow freuen, der sowohl sehr kraftvolle und fließende Elemente beinhaltet, aber auch einiges für eure Flexibilität und Entspannung bereithält. Wenn ich diese Sequenz jetzt kategorisieren müsste, würde ich sagen, sie ist der ideale Übergang vom Anfänger zur Mittelstufe. Sie liegt also ziemlich genau dazwischen, was aber auch nur ein grober richtwert ist, denn selbstverständlich ist wie immer jeder von euch recht herzlich eingeladen mitzumachen. Ja, plant eine gute halbe Stunde ein, schnappt euch gerne noch eine Decke für die Schlussentspannung und dann würde ich auch schon sagen, auf die Matte und los geht's. Ganz viel Spaß. Wir beginnen im Fersensitz. Leg deine Hände ganz entspannt auf deine Oberschenkel, roll die Schultern zurück und lass deine Handflächen nach oben zeigen. Schließ die Augen, zieh deinen Kinn ganz minimal Richtung Brustbein ran und schieb deine Scheitelkrone nach oben Richtung Himmel, um so maximale Länge und Aufrichtung zu kreieren. Vertief dein Atem, zieh die Atemzüge in die Länge. Und dann erlaube dir deine Aufmerksamkeit wirklich zu 100% auf deine Yoga-Praxis zu richten. 100% anzukommen in dem Moment. Egal was war, egal was kommt. Und dann atmen wir hier nochmal tief durch die Nase ein und lösend durch den Mund wieder aus. Öffne die Augen und lass uns fließen. Mit der nächsten Einatmung öffne die Arme zu den Seiten, schieb dein Brustbein nach vorn. Mit der Ausatmung werde ganz rund, saug den Nabel ein, umarm einen riesengroßen runden Ball. Einatmen, wieder öffnen, Blick und Herz heben. Ausatmen, mach dich so rund wie du kannst, zieh deinen Kinn ran. Noch zweimal so. Einatmen, öffnen, ganz großzügig. Ausatmen, rund werden, Katzenbuckel. Einatmen, öffnen, spür die Weite, spür den Freiraum. Ausatmen, ganz rund werden. Achtung, verschränk die Hände ineinander, atme ein, zieh die Arme nach oben, Handflächen zeigen Richtung Decke. Und mit der Ausatmung lass nur die Schultern tiefer sinken. Einatmen hier. Aus, bring die Hände an deinen Hinterkopf, zieh die Ellbogen auseinander und schieb dein Brustbein nach vorn. Spür hier so eine schöne Öffnung in deinem Herz- und Brustraum. Dann atme ein hier. Und mit der Ausatmung löse auf, bring die Hände zurück nach unten, dreh dich einmal zur rechten, dann zur linken Seite. Dann stell die Hände vor dir auf, stülp die Füße um und finde den Weg in den herabschauenden Hund. Lass die Beine gerne leicht gebeugt und dann schieb die Fersen abwechselnd Richtung Boden, wärme deine Beinrückseiten allmählich auf. Gerne nimm auch deinen Oberkörper mit, schau mal nach links, nach rechts. Lass die Bewegung hier freier und größer werden. Dann pendel dich langsam wieder ein und roll mit der nächsten Einatmung nach vorne in die schiefe Ebene. Ausatmung leg ab über die Knie oder ganz Bauchlage. Stell die Fingerkuppen neben dir auf, atme ein, heb den Oberkörper-Cobra-Variante-Gesäß aktiv. Ausatmen, leg mit Länge ab. Nochmal so, einatmen, Kobra, Oberkörper heben, der Nacken bleibt lang. Ausatmen, ablegen, Stirn zum Boden. Bring die Hände wieder nah zum Körper, atme ein, schieb dich Richtung Fersen, stülp die Füße um. Atme aus, Beine strecken, herabschauender Hund. Nächste Einatmung, roll nach vorn, schiefe Ebene. Ausatmen, leg ab, Bauchlage. Achtung, einatmen, presst dich wieder nach oben, Liegestütz, Bauch fest. Ausatmen, herabschauender Hund. Noch einmal so. Einatmen, roll nach vorn, schiefe Ebene. Ausatmen, leg kontrolliert am Boden ab. Ein, mach den Körper fest wie ein Brett, presst dich nach oben, schiefe Ebene. Und aus, herabschauender Hund. Sehr gut. Dann atme ein hier. Mit der Ausatmung komm an den Anfang der Matte. Einatmen, halbe Vorbeuge, lange Rücken. Aus, ganze Vorbeuge, den Kopf hängen lassen. Ein, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Und aus, Hände vors Herz, Berghaltung. Tada, tada. Weiter geht's. Nächste Einatmung, beug die Beine, heb die Arme für den Stuhl. Ausatmen, komm auf die Zehenspitzen, zieh die Arme nach hinten. Ein, Fersen wieder tief, Arme heben, Blick nach vorne, Stuhl. Aus, komm hoch auf die Zehenspitzen, zieh die Arme lang nach hinten. Noch einmal so. Einatmen, Fersen tief, Arme heben, Stuhl und Katastana. Ausatmen, hoch auf die Zehenspitzen, zieh die Arme lang zurück. Dann bleib hier auf den Zehenspitzen, nimm die Arme nach oben, Oberarme neben den Ohren und setz dich noch ein kleines Stückchen tiefer. Chair of Fire habe ich ihn jetzt mal genannt. Lass die Fersen schön weit oben und spür, wie die Oberschenkel wirklich arbeiten. Wir wollen jetzt weiter in die ganze Vorbeuge, allerdings auf den Zehenspitzen. Dafür atme ein hier und mit der Ausatmung tauch ab, bring die Fingerspitzen zum Boden, lass die Fersen dabei in der Luft. Nächste Einatmung, halbe Vorbeuge, Fersen wieder zum Boden. Und Ausatmung, dein Weg in die schiefe Ebene, Chaturanga Dandasana. Einatmen, aufschauender Hund oder Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund, Ardho Mukha Svanasana. Und es folgt unsere stehende Sequenz. Dafür heb mit der nächsten Einatmung dein rechtes Bein lang nach hinten und oben raus. Atme aus, zieh das rechte Knie Richtung Nase. Ein Bein wieder strecken. Aus, rechtes Knie zum rechten Oberarm. Ein strecken. Aus, rechtes Knie zum linken Oberarm. Ein Bein wieder strecken. Ausatmung, rechts Schritt nach vorn zwischen die Hände. Ein, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Aus, setz dich tief, klassischer Krieger 1, rechtes Bein gebeugt, linker Fuß seitlich quer aufgestellt. Verschränk die Hände hinter deinem unteren Rücken. Zieh die Faust nach hinten, atme ein. Und mit der Ausatmung lehn dich nach vorne und unten, zieh die gefaltete Faust nach vorne über den Kopf. Humble Warrior. Nächste Einatmung, komm zurück, klassischer Krieger 1, Arme heben. Ausatmen, Krieger 2, Arme parallel zum Boden, Füße auf einer Linie ausgerichtet. Wenn du kannst, bring von hier aus die linke Hand von hinten an deine rechten Oberschenkel. Dreh die rechte Hand Richtung Himmel. Dann atme ein, zieh dich lang nach vorn. Und mit der Ausatmung lehn dich zurück in den Reverse Warrior. Bleibe tief gebeugt im rechten Bein. Sehr schön. Dann rechtes Bein wieder strecken, rechten Arm parallel zum Boden, den linken Fuß etwas mehr nach vorne wandern. Und wir wollen weiter in Trikonasana. Dafür mit der Einatmung den rechten Arm nochmal nach vorne ziehen. Und mit der Ausatmung klapp nach unten, bring die rechte Hand ans rechte Schienbein oder zum Boden und streck den linken Arm gerne wieder senkrecht Richtung Himmel. Atme ein hier. Und mit der Ausatmung dreh dich nach unten, Hände links und rechts vom rechten Fuß, linker Fuß und linke Hüfte drehen mit, für unsere Pyramide. Optional zieh die rechten Zehen zu dir ran, komm auf die rechte Ferse, nimm die rechte Hüfte mehr zurück, die linke nach vorn. Dann atme ein, komm nochmal ein Stückchen höher mit deinem Oberkörper. Und mit der Ausatmung lass dich etwas tiefer über dein ausgestrecktes Bein sinken. Achtung, nächste Einatmung, komm in den dreibeinigen Hund, rechtes Bein lang nach hinten und oben raus, aus, öffne die rechte Hüfte. Dann beug dein rechtes Bein, lass die rechte Ferse Richtung Gesäß fallen, schau zur linken Seite durch. Und komm, wenn du magst, in Wild Thing, lass dafür den rechten Fuß zum Boden sinken, Gesäß tief, atme ein. Und mit der Ausatmung schieb dein Becken nach oben, öffne dein Herz. Von hier aus, zieh dein rechtes Knie Richtung rechte Achselhöhle und dann bring so langsam und achtsam, wie du kannst, deinen rechten Fuß nach vorne an den Anfang der Matte, erde dein linkes Knie und den linken Fußrücken. Atme ein, heb die Arme nach oben, verschränk die Hände außer den Zeigefinger. Atme aus, lass dich tiefer sinken in den Ausfallschritt Anjaneyasana. Einatmen hier, Blick heben. Ausatmen, bring die Hände zurück zum Boden, stirb den linken Fuß um. Ein, dreibeinige schiefe Ebene. Aus, senk ab, Chaturanga Dandasana. Einatmen, aufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Ein Zwischenatemzug hier, tief ein. Und aus. Wir machen direkt weiter mit der anderen Seite. Dafür atme ein, heb dein linkes Bein lang nach hinten und oben raus. Aus, Knie Richtung Nase. Ein, Bein wieder strecken. Aus, linkes Knie zum linken Oberarm. Etwas dichter an. Ein, strecken. Aus, linkes Knie zum rechten Oberarm. Ein, linkes Bein strecken. Aus, links Schritt nach vorn zwischen die Hände. Ein, richte dich auf. Aufarme über die Seiten heben. Aus, setz dich tief. Klassischer Krieger 1, linkes Bein gebeugt. Rechter Fuß seitlich quer aufgestellt. Verschränk die Hände hinter deinem unteren Rücken. Zieh die Faust nach hinten. Atme ein. Und mit der Ausatmung lehn dich nach vorn und unten. Zieh die gefaltete Faust nach vorn über den Kopf. Nimm die linke Hüfte tendenziell mehr zurück. Humble Warrior. Nächste Einatmung. Komm zurück. Klassischer Krieger 1, Arme heben. Ausatmung Krieger 2, Arme parallel zum Boden. Füße auf einer Linie ausgerichtet. Wenn du kannst, bring von hier aus die rechte Hand von hinten an deinen linken Oberschenkel. Und dreh die linke Hand Richtung Himmel. Dann atme ein. Zieh dich lang nach vorn. Und mit der Ausatmung lehn dich zurück in den Reverse Warrior. Bleibe tief gebeugt im linken Bein. Sehr gut. Dann linkes Bein wieder strecken. Linken Arm parallel zum Boden. Den rechten Fuß etwas mehr nach vorne wandern. Und weiter geht's ins Dreieck Trikonasana. Dafür atme ein. Zieh den linken Arm etwas weiter nach vorn. Und mit der Ausatmung klapp nach unten. Bring die linke Hand ans linke Schienbein oder zum Boden. Und streck den rechten Arm senkrecht Richtung Himmel. Atme ein. Hier. Und mit der Ausatmung drehe dich nach unten. Hände links und rechts vom linken Fuß. Rechter Fuß und rechte Hüfte drehen mit für unsere Pyramide. Optional zieh die linken Zehen zu dir ran. Komm auf die linke Ferse. Nimm die linke Hüfte mehr zurück. Die rechte nach vorn. Atme ein. Komm nochmal ein Stückchen höher. Und mit der Ausatmung lass dich etwas tiefer über dein ausgestrecktes Bein sinken. Achtung. Nächste Einatmung. Komm mit dem dreibeinigen Hund linkes Bein lang nach hinten und oben raus. Aus. Öffne die linke Hüfte. Dann beug dein linkes Bein. Lass die linke Ferse Richtung Gesäß fallen. Schau zur rechten Seite durch. Und komm, wenn du magst, in Wild Thing. Lass dafür den linken Fuß zum Boden sinken. Gesäß tief einatmen hier. Und mit der Ausatmung schieb dein Becken nach oben. Lass dein Herz strahlen. Von hier aus zieh dein linkes Knie Richtung linke Achselhöhle. Und dann bring so langsam und achtsam, wie du kannst, deinen linken Fuß lautlos nach vorne an den Anfang der Matte. Erde dein rechtes Knie und den rechten Fußrücken. Dann atme ein. Heb die Arme nach oben. Verschränk die Hände außer den Zeigefinger. Atme aus. Lass dich tiefer sinken in den Ausfallschritt. Anjanayasana. Einatmen hier. Blick heben. Ausatmung. Bring die Hände zurück zum Boden. Stirb den rechten Fuß um. Ein. Dreibeinige schiefe Ebene. Aus. Senk ab. Chaturanga Dandasana. Einatmen. Aufschonender Hund. Ausatmen. Herabschonender Hund. Auch hier nochmal einen tiefen Atemzug durch die Nase. Nase ein. Und lösen durch den Mund wieder aus. Noch einmal tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Wunderbar. Weiter geht's mit einer kleinen Einheit für die Schultern und die Körpermitte. Dafür komm einmal auf die Unterarme. Wandere mit den Füßen nach hinten und den Körper parallel zum Boden für unsere Plankposition. Dann halte Ende wieder hier und bewahre einen ruhigen und gleichmäßigen Atem. Versuche nicht abzulegen. Oder wenn du die Herausforderung und das Feuer suchst. Atme ein. Heb den rechten Fuß ein Stück vom Boden. Atme aus. Zieh das rechte Knie Richtung Nase. Ein. Bein wieder strecken. Aus. Rechtes Knie zum rechten Oberarm. Versuch ihn zu berühren. Ein. Strecken. Aus. Knie zum linken Oberarm. Auch hier. Versuch ihn zu berühren. Ein. Strecken. Aus. Abstellen. Wir machen gleich weiter mit der anderen Seite. Dann hast du es geschafft. Einatmen. Linken Fuß heben. Aus. Knie Richtung Nase. Ein. Bein wieder strecken. Aus. Knie zum linken Oberarm. Etwas dichter an. Ein. Strecken. Und aus. Linkes Knie zum rechten Oberarm. Yes. Einatmen. Strecken. Und mit der Ausatmung auflösen. Leg ab. Die Arme neben den Körper. Den Kopf zur rechten Seite. Puh. Schließ die Augen. Spür dein Herz schlagen. Spür nach. Spür nach. Spür nach. Für eine leichte Drehung inklusive Schulterdehnung, richte den Blick einmal zur linken Seite, komm auf die rechte Schläfe, streck den rechten Arm senkrecht neben dir aus, stell die linken Fingerkuppen auf und dann roll dich einmal rüber auf die rechte Seite, bring den linken Fuß hinter dir zum Boden. Spür die Dehnung, spür den Twist, lass die Augen gerne geschlossen, bleibe mit deiner Aufmerksamkeit, mit deiner Präsenz, ganz auf deiner Matte, ganz in dem Moment. Dann komm zurück zur Mitte, wechsel die Seiten, schreck den linken Arm senkrecht neben dir aus, den Blick nach rechts und roll dich einmal rüber auf die linke Seite, stell den rechten Fuß hinter dir auf. Genieße diese wohltuende Dehnung, gerade nach den besonders anstrengenden Momenten für deine Schultern heute und lasse deinen Atem dabei immer tiefer, immer voller werden. Alles Anstrengende liegt hinter dir. Du darfst vollkommen loslassen. Wunderbar. Dann löst das Ganze wieder auf, komm zurück zur Mitte, stell die Hände auf und schieb dich in die Haltung des Kindes. Stell die Finger auf, schieb dein Gesäß aktiv nach hinten und unten und spür hier diese wunderbare Länge in deinem Rücken und deinen Flanken. Von hier aus, roll den Oberkörper nach oben auf, kipp dein Gesäß nach links, streck dein rechtes Bein seitlich aus und bring den linken Fuß an die Innenseite des rechten Oberschenkels. Dann atme ein, hebe die Arme über die Seiten nach oben, atme aus, dreh dich nach rechts und lehne dich mit langem Rücken über dein ausgestrecktes rechtes Bein. Der rechte Fuß ist geflext, die Schultern entspannt, die Stirn weich. Es ist dir vollkommen nebensächlich, wie tief du nach unten kommst. Viel wichtiger ist es, dass du tief atmen kannst und die Widerstände deines Körpers dankend annimmst, statt dagegen anzukämpfen. Richte dich langsam wieder auf, stell die linke Hand neben dir auf und kreis den rechten Arm über vorn rüber nach links, während du dein Becken nach oben schiebst. Genau. Dann bring von hier aus dein Gesäß zurück zum Boden und wir wechseln die Seiten. Streck dein linkes Bein seitlich aus und bring den rechten Fuß an die Innenseite des linken Oberschenkels. Atme ein, heb die Arme über die Seiten nach oben, atme aus, dreh dich auf nach links und lehne dich mit langem Rücken über dein ausgestrecktes linkes Bein. Linker Fuß ist geflext, die Schultern weg von den Ohren, die Gesichtszüge weich. Spür die Dehnung, beobachte deinen Atem und nimm einfach nur wahr, was diese Haltung gerade mit dir macht. Und dann richte dich auch hier langsam wieder auf, stell die rechte Hand neben dir auf, kreis den linken Arm über vorn rüber nach rechts, während du dein Becken nach oben schiebst. Sehr schön. Komm zurück zur Mitte, stell die Füße vor dir auf, greif unter die Kniekehlen und rolle Wirbel für Wirbel in Rückenlage. Schau, dass du mit den Fingerspitzen deine Fersen berühren kannst und dann hebe für die Schulterbrücke dein Becken nach oben, verschränk die Hände und ruckel die Schultern zueinander. Achte darauf, dass deine Füße parallel ausgerichtet sind und Knie und Zehenspitzen Richtung kurze Mattenseite zeigen. Und dann schieb dein Becken hier wirklich aktiv nach oben, dein Brustbein Richtung Kinn. Spür die Aktivität in deiner Körperrückseite und die Dehnung deiner Bauchdecke. Und dann löst das Ganze wieder auf, löst die Verschränkung deiner Finger, komm auf die Zehenspitzen und roll dein Becken ganz langsam und achtsam wie eine Feder im Wind zurück auf die Matte. Für eine ganz kurze, abschließende Drehung, bevor wir in die Schlussentspannung gleiten, zieh dein rechtes Knie zu der Rand, streck dein linkes Bein am Boden aus und führ dein rechtes Knie rüber auf die linke Seite. Der rechte Arm ist zur rechten Seite ausgestreckt, der Blick zur Decke oder zur rechten Hand. Atme tief ein und aus. Und dann wechsel die Seiten, komm zurück zur Mitte, streck dein rechtes Bein aus, zieh dein linkes Bein zu der Rand und führe dein linkes Knie rüber nach rechts, während du deinen linken Arm zur linken Seite ausstreckst. Blick zur Decke oder zur linken Hand, die Augen dabei geschlossen. Auch hier ein nähernden Atemzug, ein und wieder aus. Und dann finde den Weg zurück zur Mitte. Zieh die Knie zu der Rand, umarm dich. Heb die Stirn zu den Knien, mach dich hier nochmal zu einem ganz kleinen Mini-Päckchen. Und dann atme tief, 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 tief ein. Halte. Und mit der Ausatmung lass los. Streck die Beine aus. Leg die Arme bequem neben deinen Körper. Lass die Handflächen nach oben zeigen. Und schließe deine Augen für zwei Minuten. Shavasana. Deine Schlussentspannung. Untertitelung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Beginn die Finger zu bewegen, die Handgelenke zu kreisen, beweg die Füße, kreis die Fußgelenke. Dann bring die Arme lang nach hinten über den Kopf, zieh dich auseinander, streck und träge dich, gähn, mach das, was du jetzt brauchst, um zurückzukommen. Und wenn du soweit bist, finde ins Sitzen, komm in einen aufrechten Sitz deiner Wahl, gerne den Schneidersitz. Dann atme ein, heb die Arme nochmal ganz kraftvoll über beide Seiten nach oben. Atme aus, bring die Hände vors Herz, Energie zentrieren. Senk den Blick. Verneig dich vor dir selbst und deiner Yoga Praxis. Und dann bedanke dich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um dir selbst etwas Gutes zu tun. Zieh die Mundwinkel nach oben, schenk dir ein Lächeln. Und nimm die neu gewonnene Energie und innere Stabilität, die du durch diese Praxis gewinnen konntest, mit in den Tag und die Woche, die dir bevorsteht. Vielen Dank für dein Vertrauen. Vielen Dank, dass du immer wieder so fleißig die Matte ausrollst. Bis zum nächsten Mal. Namaste. I feel the weight behind my eyes Leang towards the color that lies within Nothing between you and I Still you right there Under my skin I've been waiting I've been waiting When you're still I have Tim I am I have time I am And am I am I am Untertitelung des ZDF, 2020